Ja, 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 here we are. Na gut, ich komme auch schon wieder runter. Runter zum Boden der Tatsache, hier zu Matze vom Hanfjournal. Matze, was treibt dich dieses Jahr zur Hanfparade? Ich bin eingeladen worden, ich soll sogar reden. Wow, hast du deine Stimme schon geölt? Meine schillernde Stimme ist zweckslieblich in dem Gesanges zum Erscheilen bereit. Das hört sich gut an. Wir machen einen kleinen Schwenkmal hier über die ersten Leute, die sich sammeln. Es werden mehr und mehr und man sieht es schon, selbst im Vorfeld ist hier schon ein ganz guter Knoten an Leute. Wie eben schon mal erwähnt, muss man sagen, dass die Polizei dieses Jahr relativ dezent vor, toi, toi, toi nicht vorgeht, sondern sich sogar zurückhält. Auf der anderen Seite sind nochmal, muss man ganz ehrlich sagen, genauso ein paar Wannen. Na, ist das geil! Ja, Berlin! Ja! Okay, alles drin. Und jetzt ist das geutscht. Dann bin ich nickel damit. Und... Ja.